Hallo, ich bin Dörte aus Berlin und ich bin beim Kraft der Armen 3 Seminar. Ich bin schon bei 3 angekommen und es ist wundervoll, wieder hier zu sein. Wir machen ganz kraftvolle Übungen. Wir haben heute ein Familienwappen gemalt, was unsere Familie beschützen wird. Und es hat super viel Spaß gemacht. Es gibt auch ganz viele Übungen, die sind anstrengend, aber ich merke, dass es ganz viel Veränderung gibt in mir, dass ich ganz kraftvoll bin, energetisch geladen und jetzt schon merke, dass auch meine Familie davon profitiert.